Hallo zusammen, wir sind KV-Lehrmünder von der MS-Direct AG und wir wollen euch heute zeigen, was wir heute in der Lehre alles erleben dürfen. Kommt mit! In der KV-Lehr bei der MS-Direct AG hast du eine sehr vielfältige Ausbildung und erhältst Einblicke in den verschiedensten Bereichen. Am Empfang begrüssen wir die Kunden und leiten Telefonanrufe an die entsprechenden Mitarbeiter weiter. Hey, dort! Über der Abteilung bist du im Moment. Ich bin hier in der HR-Abteilung und ich zeige euch, wie es so läuft. In der Personalabteilung sind wir zuständig für die Einstellung der neuen Mitarbeiterinnen. Wir kümmern uns um Anliegen, personelle Belange und auch um Entlöhnung. Unser Ziel ist, dass sich jeder Mitarbeiter gut betreut und sich wohlfühlt. Hey, Rangil, was machst du so den ganzen Tag? Wie man nicht schwer erkennen kann, bin ich ein Sportschäler. Ich mache 50-50-Lehr mit Sport und Ausbildung kombiniert. Bei der MS-Direct AG kann man das super verknüpfen. Hey, Silvan, in welcher Abteilung darfst du unterstützen? Guten Tag, mein Name ist der Willer. Wie darf ich Ihnen helfen? In der Abteilung Kundendialog gehen wir den Wünsch der Kunden an. Wir bearbeiten Bestellungen und beraten am Telefon oder per E-Mail. Haben wir dich neugierig gemacht? Dann bewerbe dich doch heute noch für eine Schnuppe oder Lehrstelle bei der MS-Direct AG. Wir freuen uns auf dich. Ciao! Ciao!